Ja, Hallöchen mein Lieben und Willkommen zurück zu Let's Play Together Mother 3. Das erste Mal waren wir jetzt hier stehen geblieben, haben die Shells, die Muschel der Firmenscraft gefunden, haben sie abgegeben und jetzt geht es weiter. Ach, hier war der, ah verdammt, gar nicht gut, so, voll falsch gelatsch, ich wollte eigentlich gar nicht mit den Kämpfen, so. Gut, 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 dann geht es hier weiter, ich lasse mir mal in Frieden, mein Freund, nein, auf dich habe ich keinen Bock eigentlich. Ich habe einen Schütte, der ist kein von uns. Ach, Alter, knapp, relativ knapp. Ja, auf euch habe ich jetzt keinen Bock, ich habe gesagt, auf euch habe ich keinen Bock verdammt. Papier ist endlich. Alter. Vielleicht wäre man eine Durchheilung mal eben effektiv, glaube ich. Äh. So. Wie sieht das aus? Ja, ist in Ordnung. So. Hallo. So. Und runter. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube schon. Teilweise waren wir hier schon. Ja, ist ja gut, diese gut, diese gut, diese gut, diese gut. So. Das war jetzt dumm, ne? Eigentlich. Weil ich habe das auszusehen auch sie schon unnötig verloren. So. Also sauerstoff halt. Äh. Nein, ich habe auf dich keinen Bock, ich habe gesagt, ich habe auf dich keinen Bock, verdammt. So. Komotable Level Up. Nice. So. Das da oben noch ein Level Up. Nice. So. Äh. PSI. Lack Beta. Auf Boni. Dann. Gucken wir mal. Ach, hier war das, genau. So. Müsse und immer. Das gefällt mir nicht. Ich habe doch gesagt, ich habe auf dich keinen Bock, wenn auch. Verdammt. Scheiß Mist, wie. Ich hasse dich. Das ist so nervig, diese Passage. Die hätten sie sich sparen können, irgendwie. Ach. Das ist eine schnelle von Mach 3, die mir absolut gar nicht gefällt. Dieser scheiß Untergrund da. Ein meeres Grund, wie auch immer. Das ist einfach nur ultra nervig. Ich habe jetzt noch ein Geschenk. Ich brauche Möbel immer. Eben. Oder auch nicht. Oh. Das hat eine Bombe bekommen. Nice. Verdammt. Ich schaffe mir das noch rechtzeitig. Quick, 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 quick. Kommt schon. Oh. Wie knapp. Alter. Alter. Verwalter. Ist doch nie euer Ernst. Alter. Was knapp. Los. Weg von dem Vieh. Alter. Geht ihm auf den Kekse. So. Ist hier unten. Nach unten schenken. Und. Magic Pudding. Das da aber. Ähm. Potts. Äh. Duster. Duster. Magic Pudding. Give. Lucas. So. Der braucht den ganzen Kram viel mehr als Kommandauer. Revier K3. Na gut. Die können wir dann abgeben. Irgendwann. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Ne. Das ist doch nix. Boah. Verdammt. Das kann ich den ganzen Weg runterlatschen. Oh Mann. Oh. Ernst. Das ist nervig. Wenn es sowas für Checkpoints gehen würde ey. Aber nö. Man muss den ganzen Kackweg viel runterlatschen. Ich hasse diesen Dungeon. Der ist so nervig. Ernsthaft. Ja. Wir speichern. So. Alter. Ja. Ja. So. Du hast was mit dem reden. So. Ein bisschen vorspulen. Ein bisschen schneller hier vorwärts kommen. Boah Boah Boah. Ne, I haben wir tot. So. Döhn. 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 So. cử criterioose Bienassen. gut. Das heißt er in der 20 zeige letzte Zivigkeit undefundsoidachs wie immer dass wir wieder examples es ist eine leite aber naja ist mir ziemlich egal die fisch ist ganz so stark antiparalysers naja ist es nicht so was wahre aber ok kann man nur hin verkaufen daher erledigt jetzt immer wieder hier das ding was im arsch ist jetzt mal eben wo du das muss gehalten wurden muss gehalten auf jeden fall ich habe keinen bock sein doch ich habe ich keinen bock hat die kacke noch mal die wenig auf den keks scheiß misty scheint apple steak ist das denn er gehört im batterit abalone für die 180 hp das können so viel wo du ärger macht er kommentar ist am arsch das ist gut dass es nicht verreckt ist nötig die pp ausgabe gewesen das war jetzt das nämlich ein bau mal denn jetzt noch nicht drin gewesen hier schon ja doch es wird doch wieder nichts noch mal aufzüglich in deine alte ja jetzt schon gewesen ich habe keine ahnung skype die fresse es interessiert mich nicht ob da irgendwelche leute online kommen die leute ich hasse diesen dungeon die peste das ist echt eine gesamte game design technische sache die hätten sie anders machen vollkommen anders machen müssen es gar nicht einbauen müssen einbauen sollen den kram ist einfach viel zu kacke ist macht einfach keinen spaß der kram hier kämpfe weiterhin wie zuvor wenn ich das kompost system beherrschen würde erstmal so aber der rest das muss ich nur gucken wo und den anderen wir sind bald fast was leute verdammt und den anderen löchern kram war durch das alles schon geholt habe noch nicht so nach das wird es wieder knapp das wird wieder zukunft 1 da sind wir wieder hier egal dass ich halt nächstes mal ein bisschen speichern ob sie schon zerbrechen so wiegt euch schnelle sagte mich noch mal latschen und zwar schwerer minuten rum jetzt haben wir der mir mal wohl lassen der scheiß misspächer bonitot super kann ich gleich auch wieder laden so das ist der auto oder in der mutter du dreck sie ich hasse dich drecks schweinigische familie ich habe mit ewig zeit zu 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 ich mach mir das nicht Platz so naja gut na komm her jetzt müssen wir ein bisschen anders reingehen das Schaden ist hier von dem Vieh und ich schließe das nehmen Scheldrevelius Die Motorräder sind unbedingt gehalte werden, so. Machen wir mal next. Minium, 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 bisschen schneller, die Motorräder heilen, so. Und weiter. So, dann machen wir hier mal ein Save-State. Schild auf eins, so. Das sind ganz wichtig mal latschen müssen. So, hier waren wir schon. Hier runter. Der Typ, der mal in den Post geschlachtet wird, so. Das schafft man nicht mehr. Kann man vergessen. So, muss ich schneller sein oder so, keine Ahnung. Wie man das schaffen soll. Vielleicht schafft man das auch gar nicht. Schnell, 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 schnell. So. So. Jetzt straff ich noch nie immer. Oder? Wenn mich der Fisch jetzt in Ruhe lässt, können wir es gerade so noch schaffen. Aber ich gerade so. Alter. Boah. Verdammte Kacke. So. Schild auf eins. Danke. Alter. Und ich halte das heute noch bis zum Boss jetzt in der Folge noch. Zumindest jetzt Markus dann den Boss machen könnte oder so. So. Hier ist noch ein Geschenk. Was wird da nochmal? Das ist das Geschenk öffnen. Magic Padding. Ähm. So, so. Dann. Das da. Das da. Dann. Da war es wieder. Der Anzeige-Bug. Weil ich zu schnell gewesen bin. Magic Padding. Jetzt. Super. Weiter. Fahr weiter, ey. Das schaffe ich dir fast nie. Und nimm mal bis da oben hin. Dann gibt es da unten eine Oxychai. Ansonsten habe ich ein Problem. Ja, super. Ja, da gibt es aber. Ich bin nicht schnell genug. Dann lade ich halt den ganzen Weg nochmal. Egal. Warum nicht speichern? Ja, du sollst speichern. Danke. So, ja. Deine Mutter ist ein Frog. Das sogar stimmt. Aber egal. Alter, lass mich schießen. Das ist echt ne Sache, die finde ich am A3 nicht so prägt. Das ist einfach keinen Spaß macht. Und noch ganz lange zu laufen. Und dann ständig diese Drecksgegner, die einen übelst nerven. Alter. Wunder von Kikse, ey. Das schaffe ich doch wieder nicht. Oh, knapp. Knap. Machen. So. Warum da vor allem. Oh, nein. Hier lang. Hier lang. Und hier lang. Und da 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 lang. so ein Vieh vorbeikommen jetzt bin ich schon zufrieden du Mistvieh den dort vorbei gehe ich dich kämpfen Montagel 58, schön das Level 56 und das wars so hier ist noch einer so komm her bleib ihn doch mal rein verdammt das hasse ich wie die Pest ganz ehrlich ah man Leute ich weiß noch nicht, dass keiner verreckt das ist viel zu knapp ich mach es auch immer viel zu knapp Alphabet auf dem Motor auf dem Tor so dann weiter auch dass er mich nicht tötet fuh Ohnedele 60 bin gut so PSI dann kommt Beta und Tower so und leute du lässt mich auch nicht zufrieden so haben wir hier eigentlich alle abgeklappern alle alle dinge alle sachen das heißt wir können das weiter in die schwarze ins menü ganz schnell selbst setzen sich glatt machen mein freund sind immer nur das eben lukasel 60 hox du vielleicht auch noch zum heilen verwenden dass ich was wir so haben ich habe noch umliegen noch mal stehen die du leckst schieb Das ist nicht mein Ding. Further, I had this tiny tiny island. There you'll find the forbidden... There you'll find the forbidden... The forbidden... What was it again? There's a forbidden... What was it again, there? Hey, komm, wie geht denn? Fischchen hintern. Oh, komm, komm, ich is hier... Er hat da unten... Oh, alter... Ja, so... Menü, Menü, Menü... Und speichern... So... Ich schreibe noch nie in irgendeine Post in der Folge her... Magic Pudding... Gut... Ähm... Secretariat trifft Duster... Duster, Magic Pudding trifft Lucas... So... Gut... Die kann eher mehr gebrochen als Commodore... Zauert nicht oft... Die schlägt mehr zu irgendwie hier... Weil das effektiver ist als... Zauert... Frog... Ah... Ob... 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 Wenn es kommt ja schon der boss... Magic Tart... Ok... Da aber mal eine Folge sowieso bald vorbei ist... Würde ich sagen... Markus darf ich an den Boss wagen und den bleibt machen und Prozent er hat noch mal ne er hat es bekommen um das ist ein Inventar auch voll dann gibst du das sind die Dumplings an Boni Prozent gibt es die Bombe an das da das da Magic Tart gibst du an Lukas dann nochmal speichern also erstmal vorher Luft tanken und dann speichern da ist ja nicht ob die Luft übernommen bisschen Speicherstand aber sicherheitshalber so gut den gehe ich mal ganz ins Menü so und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Let's Play Together meine Aufnahme wir sehen was ich dann machen darf auf Wiedersehen Leute auf Wiedersehen wir sehen uns die 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 die